Hi, herzlich willkommen auf unserem Weihnachtsmarkt bei Leffers in Ollenburg. Ich bin Daniela Kellermann aus dem Visual Merchandising und ich zeige euch heute ein paar Sachen, die wir hier auf unserem Weihnachtsmarkt aufgebaut haben. Die erste Hütte ist eher was für die Feinschmecker unter euch. Wir haben hier verschiedene Sorten Olivenöl, verschiedene Sorten Gewürze, Salz, Pfeffer, alles Mögliche. Die sind auch ganz schön zu Weihnachten in Kombination mit unseren Pastasorten. Dann haben wir hier noch leckeren Kaffeelikör von Kops, den kann ich wirklich mega empfehlen, der schmeckt super lecker auf Eis. In einer von den Hütten haben wir verschiedene Dekoartikel, richtig schön zu Weihnachten aufgebaut, alles was so ein bisschen kuscheliger ist, sprich Kissen oder auch schöne Decken. Dann haben wir hier alles für den Weihnachtsbaum dabei, Baumschmuck, Baumkugeln, verschiedene Sachen. Also hier wird auf jeden Fall jeder Weihnachtself fündig. Neu eingetroffen sind bei uns die Spins, das sind Tischfeuer von Höfer. Es gibt sie in verschiedenen Farben und in verschiedenen Größen. Das sind Tischfeuer, die man für drinnen und auch für draußen nutzen kann. Also wirklich eine coole Geschenkidee zu Weihnachten, wer noch was ein bisschen Exklusiveres sucht. Zu finden sind die bei uns im Erdgeschoss, ziemlich direkt vor der Hauptkasse. So, ich hoffe ich konnte euch ein bisschen inspirieren und euch ein paar Ideen liefern, was ihr vielleicht noch so zu Weihnachten verschenken könnt an eure Liebsten. Aber am besten ist es, ihr kommt einfach selber nochmal vorbei. Wir haben hier auf unserem kleinen Weihnachtsmarkt noch so viele Sachen, die ich euch vielleicht noch gar nicht gezeigt habe. Wie gesagt, kommt vorbei, shoppt einfach mal wieder lokal, lasst euch ein bisschen inspirieren, das geht sowieso viel besser und supportet ein bisschen eure Lokalitäten hier in